Die gleiche Nase wie deine Mutter, das gleiche Kind wie dein Vater. Im Face Reading hat jede Form im Gesicht eine ganz konkrete Bedeutung. Was heißt das jetzt in diesem Fall? Gleiche Nase, gleiche Eigenschaften? Und was bedeutet das konkret, wenn du dir vielleicht vorgenommen hast, ganz anders zu werden wie deine Mutter oder dein Vater? Um diesen Zusammenhang geht es jetzt hier in diesem Video. Ich freue mich drauf. Mein Name ist Anita Hornling. Ich bin Coach und Ausbilderin für Face Reading und Psychophysiognomik und das schon seit mehr als 25 Jahren. Und in meinem Alltag geht es darum, Menschen ihre Einzigartigkeit, ihre Originalität und auch ihre Lebensaufgabe zu vermitteln und im Gesicht die Hinweise zu finden, die diesen Weg unterstützen. Und wir haben Talente, Begabungen und auch Charakterzüge, die wir ganz konkret im Gesicht lesen können. Aber manche sind auch wie ein Staffelholz auf uns übergegangen. Es gibt die Genetik. Es gibt die Epigenetik. Wir sind eine Mischung aus dem, was wir an Vererbung auch mit uns tragen und aus dem, was eben ganz einzigartig ist. Und es ist auch immer wieder faszinierend. In meiner langjährigen Praxis habe ich noch nie ein Gesicht gesehen, was ich so genauso schon mal gesehen habe. Auch bei ein eigenem Zwillingen gibt es Unterschiede. Und das geschulte Auge kann das natürlich wahrnehmen. Und deswegen ist es spannend, sich das konkret mal anzuschauen. Was bedeutet es, wenn ich eben merke, boah, ich sehe in gewissen Bereichen genauso aus wie mein Vater, wie meine Mutter oder vielleicht meine Oma, mein Großvater. Aber was mache ich denn jetzt damit? Vor allem, wenn es Eigenschaften gibt in den Generationen vorher, die ich auf keinen Fall in meinem Leben haben will. Wie kann ich das sortieren? Und was für Spielräume habe ich? Und welche Selbstverantwortung spielt da rein? Das will ich dir jetzt an ganz konkreten Beispielen aus meiner Praxis ja zeigen und nahe bringen und hoffe, dass du ganz viel für dich mitnimmst. Los geht's. Nehmen wir Carola. Sie war vor circa drei Jahren in meiner Praxis und ich habe ein Face-Reading mit ihr gemacht. Und wir kamen sehr schnell auf ihre Nase zu sprechen. Denn sie hat mir direkt während des Face-Readings auch eine Rückkopplung gegeben. Meine Nase mag ich nicht wirklich. Die Nase hatte einen Bogen im Nasenrücken. Und ich blende hier immer wieder Fotos aus meinem Lehrbucheinstieg in die Psychophysiognomik zur Visualisierung ein, damit du auch verstehst, welche Merkmale ich meine. Und hier eben auch ein Bild von einem gebogenen Nasenrücken. Dieser Nasenrücken gefiel dir nicht. Ich habe ihr aber erläutert, was für Eigenschaften mit diesem Nasenrücken verbunden sind. Und zwar sind es Sorgfalt und Gründlichkeit und, wenn der Zug der Nase auch noch etwas nach unten neigt, Pflichtbewusstsein. Was hat Carola gesagt? Boah, diese Eigenschaften habe ich in meinem Leben und die brauche ich auch, denn ich bin eine sehr erfolgreiche Controllerin in einem Unternehmen. Und dieser Beruf ist genau das, was ich liebe. Ja, meine Antwort war, wenn du diese Nase nicht hättest, dann wärst du in deinem Beruf auch nicht so gut aufgehoben und könntest den auch nicht so erfüllt und erfolgreich leben. Liebe deine Nase. Dieses, ja, dieses Argument hat bei ihr schon was bewirkt und natürlich auch ein Strahlen auf ihr Gesicht gezaubert. Dann kam aber die nächste Frage. Meine Mutter hat die gleiche Nase, Aber ich kann da nicht entdecken, wie sie die positiv genutzt haben soll. Denn meine Mutter war sehr nörgelig. Die hatte immer was auszusetzen. Sie war nie zufrieden und keiner konnte es ihr Recht machen. Harte Aussagen, aber wir haben da natürlich tiefer geschaut. Wir kommen jetzt zu dem Thema. Jedes Areal für sich hat eine Energie, eine ganz konkrete Bedeutung und so ein gebogener Nasenrücken, den Carola von ihrer Mutter auch geschenkt, vererbt bekommen hat, der kann eine sehr positive Eigenschaft im Leben sein. Vor allem, wenn man die anderen Areale natürlich noch dazu sich anschaut oder er kann auch ein Stressor sein, also eine Anlage, die einen stresst. Denn wenn man diese Sorgfalt, diese Gründlichkeit als etwas nimmt, was ständig Motor ist und was ständig Anspruch ist und was vielleicht mit einer anderen Eigenschaft, nämlich einem hervorspringenden Kind zusammen in Richtung Perfektionismus geht, dann kann das für den Menschen selber und auch für die Umgebung sehr anstrengend sein. Carola hatte nicht das gleiche Kind wie ihre Mutter, denn bei ihr kam wirklich dieser Hang zum Perfektionismus dazu. Und Carola hatte ein eher gerades Kind und eine sehr hoch aufgebaute Breite stirn, die für einen breiten Horizont haben wollen, open-minded sein, auch für soziales Denken stand. Und diese Eigenschaft der Gründlichkeit hatte eben auch einen anderen Anknüpfungspunkt noch. Sie hat es anders gelebt und für sich auch sehr positiv gelebt. Ich habe mir das Bild von ihrer Mutter sehr genau angeschaut, weil sie das dabei hatte. Und ihre Mutter hatte eben auch ein paar Eigenschaften, die mit dem Perfektionismus wirklich so in Resonanz gegangen sind, dass sie eben Schwierigkeiten hatte, da rauszugehen. Und eben auch diese sehr anstrengenden, gründlichen, sich auch wirklich selber unter Druck setzenden Eigenschaften auch aufbrechen konnte. Was ist da jetzt die Lösung? Es ist immer das Bewusstsein. Carola hat sofort erkannt, dass sie mit ihrer Mutter darüber sprechen möchte, über den Trigger, den ihre Mutter letztendlich hat. Und ihr Herz wurde ganz groß und ganz weich, weil sie gedacht hat, boah, meine arme Mutter, die hat auch unter diesen Eigenschaften oder auch unter diesen starken, sich potenzierenden Eigenschaften auch gelitten. Es hat sie sich ja nicht freiwillig ausgesucht. Wir haben natürlich auch eine Grundlage, mit der wir so ins Leben starten. Und es geht darum, dass sie eben nicht zu einer stressigen Situation führen, dass sie uns nicht unter Druck setzen, diese Eigenschaften, sondern dass wir eben auch Qualitäten entwickeln und an uns entdecken, die ein Gegengewicht bieten oder die wir uns auch ganz bewusst als Gegengewicht ins Leben einladen. Denn wir haben Spielräume, wir haben Selbstverantwortung. Nur wenn wir so in unserem Saft schwimmen und uns determiniert fühlen oder auch einfach diese Selbstbestimmung uns auch nicht erlauben, dann kann es eben auch solche Ausmaße annehmen, wie bei Carolas Mutter, von dem sie sich ganz stark distanzieren wollte. Und diese Herzöffnung, die dadurch passiert ist, dass ich Carola quasi erklärt und gelesen habe im Gesicht ihrer Mutter, was für Voraussetzungen ihre Mutter hatte und wie wenig Spielraum vielleicht auch in ihrem Lebensbereich war, um da auch ohne Hilfe rauszukommen aus diesen Kontrollmechanismen, die sie an den Tag gelegt hat. Das hat bei ihr eine Güte und ein Verständnis erweckt, was auch heilsam war auf eine Art und Weise. Also das Staffelholz, die Ähnlichkeit, kann auch dazu führen, Verständnis dafür zu haben, weil die Grundenergie ist Carola sehr bewusst gewesen. Also dieses, ich fühle mich auch getriggert, in die Tiefe immer zu gehen, alles auch zu kontrollieren, sehr sorgfältig zu sein, auch nichts einfach mal so drüber zu huschen oder einfach immer wieder Dinge unerledigt, dann zum Nächsten zu hüpfen. Das ist ja auch wirklich eine bemerkenswerte Eigenschaft. Aber wenn sie zu groß wird, dann kann sie natürlich auch sehr lähmend sein und für die Umwelt auch schwer zu ertragen. Vor allem, wenn man eben ganz anders gestrickt ist. Carola hat, und das ist so schön auch begleiten zu dürfen, wirklich mit ihrer Mutter gesprochen und hat aus einer ganz anderen Haltung, nämlich nicht aus dieser, ich muss mich abgrenzen, ich darf bloß nicht irgendwas übernehmen, ich möchte ganz anders sein und ich lasse mir nichts mehr erzählen, ich lasse mich auch nicht mehr kontrollieren oder bewerten. Und hat aus einer anderen Perspektive mit ihrer Mutter gesprochen und mit liebevolleren Augen und mit Verständnis ihre Situation anschauen können und auch mit ihr darüber reden. Und das hat ein Feld eröffnet, da wird es mir jetzt noch ganz warm ums Herz, wo wirklich auch ein Stück weit Versöhnung und Verständnis einziehen konnte. Und das ist dann so schön, wenn wir merken, ja, wir sind ähnlich, aber doch anders. Und wir können Eigenschaften so oder so leben. Wir haben immer auch eine Wahl, etwas gewinnbringend zu leben oder es kann uns auch stressen und den Molli mit uns machen, wenn wir dieser Eigenschaft viel Raum überlassen. Aber bevor wir das eindämmen können oder eben auch harmonisieren können unsere Potenziale, müssen wir sie ja auch erst mal kennen. und das ist so schön, dass das Face-Feeding uns diesen Schlüssel in die Hand gibt und auch diesen Schlüssel, um Gemeinsamkeiten zu erkennen, aber dann doch auch die Unterschiede in den Gemeinsamkeiten. Aber es ist natürlich auch eine Verbindung. Und wenn wir dann merken, boah, ja, ich bin in gewissen Grundzügen wie mein Vater, wie meine Mutter, dann können wir gucken, aber ja, das ist ein Potenzial, ich lebe es aber ein bisschen anders. Und ich habe noch andere Eigenschaften, die ja damit reinspielen. Ein weiteres Beispiel aus meiner Praxis. Ich erinnere mich an Ruben. Ein junger Mann, der in meine Praxis kam, um auch berufliche Impulse zu bekommen, um eben auch seinen Weg besser zu sehen, seine Talente, seine Begabungen. Und ich habe ihm gesagt, dein Unterkiefer, dein kraftvoller Unterkiefer und dein kraftvolles, hervorspringendes Kind bedeuten, dass du sehr viel Durchführungsenergie, Tatimpuls, dass du Spontanität hast und Macherenergie. Also du bist jemand, der sehr gut im Umsetzen ist und ihm auf die Erde bringen und eben Dinge auch wirklich anpacken. Dann sah ich an seiner Reaktion, ja, dieser Unterkiefer und das Kind, Begeisterung war das nicht, was da aus mir entgegenschwappte, sondern ja, es kam dann aus ihm heraus, diesen Unterkiefer und das Kind habe ich von meinem Vater. Und diese Macherenergie oder das, was du da beschreibst, habe ich gar nicht positiv in Erinnerung und ich weiß nicht, ob ich darauf stolz sein soll oder dankbar dafür, dass ich diese Kraft habe. Und im weiteren Gespräch und natürlich auch, da durfte ich auf das Foto des Vaters schauen, haben wir herausgearbeitet, dass der Vater von Ruben sehr, sehr viele Ecken und Kanten in seinem Gesicht hatte und deswegen auch ein Mensch war, der Ecken und Kanten in seinem Leben auch nicht gescheut hat, sie sogar gesucht hat. Also ein Mensch war, der gegen Widerstände auch gern angegangen ist, der eben auch ein starkes Potenzial hatte, eben sich durchzusetzen, auch Reibung überhaupt nicht gescheut hat. Ruben hatte zwar dieses kraftvolle Kinn und den Unterkiefer, aber seine ganze Haut, sein Gewebe war viel weicher. Er lebte diese, ja, diese kraftvolle Macherenergie viel harmonischer und das ist ein Unterschied und diese, ich sage mal mal, harten Kanten und diese Bewegungsenergie, in der sein Vater unterwegs war, auch das Aktionistische, was daraus für ihn auch so zum Tragen kam, dass er überhaupt keine Zeit hatte, sich eben auch zum Ausdruck zu bringen mit seiner Harmonie-Liebe, weil sein Vater immer so schnell war in der Aktion und auch eben nicht in der Lage war, sich eben auch auf das, auf die Umgebung auch mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit einzulassen, das ist dann eben auch wieder der Unterschied gewesen zwischen den beiden. und auch da durfte es Verständnis bringen, dass ich den Vater angeschaut habe in seinem So-Sein und auch Ruben erklärt habe, ja, sein Vater ist letztendlich so und das hat sicher auch Gutes hervorgebracht und er sprudelte dann auch, was sein Vater letztendlich auch für eine rebellische Kraft hatte, auch für eine Freiheitsliebe, eine Unabhängigkeit und so weiter, er war selbstständig und er hat auch eben diese Kämpfernatur auch genutzt, nur im Umgang mit etwas zarteren Menschen, harmonieliebenderen Menschen, auch im Ruhe naturell, hat das natürlich nicht immer gematcht, aber wir sind einfach unterschiedlich und wir haben diese unterschiedlichen Kombinationen und Ruben nutzt seine Macherenergie wieder ganz anders als sein Vater und so ist es immer auch das große Ganze, was wir anschauen, die Kombinationen der Areale, aber dass er diese Kraft mitbekommen hat und auch selber nochmal auf seine, ja auf sein Leben, was natürlich ein Leben eines noch sehr jungen Menschen war, es zurückschauen konnte und sagen, ja ich habe wirklich auch schon viel auf die Kette gekriegt und umgesetzt und ich bin jemand, der sich etwas vornimmt und es dann auch in die Tat umsetzt und das auch zu würdigen und zu sagen, ja das verbindet mich schon mit meinem Vater, das ist schön und natürlich gibt es die Unterschiede, aber die Gemeinsamkeit dann auch wert zu schätzen, aber sich dann trotzdem auch rauszunehmen, ich mache es anders, ja ich bin nicht determiniert oder ich bin nicht so ein eins zu eins Ableger, der da jetzt geklont das Gleiche macht, das ist ja nie der Fall und ich finde es wirklich immer so schön, wenn ich merke, dass eben auch Verletzungen und auch natürlich Stress in der Kindheit oder im Miteinander im Familienkontext harmonisiert werden kann, wenn man mit der physiognomischen Brille draufschaut, wenn man feststellt, ja jeder hat auch mit seinen Eigenschaften irgendwo auch zu tun und manchmal eben auch zu kämpfen und es ist eben nicht immer leicht und vieles ist eben auch eine Aufgabe und eine Herausforderung mit seinen Anlagen auch irgendwo im Leben zu stehen und sie auch ja so zur Geltung zu bringen, dass es auch eben nicht stressig und energieraubend ist oder dass es eben nicht sozial kompatibel ist, sich gegen einen wendet und so weiter und das Bewusstsein hilft uns auch im Miteinander natürlich da Harmonie reinzubringen und Frieden und Frieden mit seinen Eltern zu machen ist immer eine sehr gute Idee, weil es natürlich auch diese ja diese Verstrickungen auflösen kann, unter der manche Menschen dann ein Leben lang leiden unter den ganzen Verletzungen und den ganzen Themen und vielleicht auch Traumata, die man so mitschleppt und das ist schön, wenn das auch so einfach gehen kann. Es ist nicht immer so einfach, aber in meiner Erfahrung kann man vieles durch das Face-Reading einfach sofort auflösen und deswegen schau, was hast du an Kräften mitbekommen von deinen Eltern und wie lebst du sie anders und wie kannst du auch verstehen, warum deine Eltern sich in ihrer Sozialisation mit ihren Anlagen so oder so oder so ausgedrückt haben und das meiste ist nicht persönlich gemeint, sondern es ist auch ein Stück weit so bestimmt gewesen, dass eben diese Konstellation sie auch so hat reagieren lassen und wenn wir als bewusstere Generation die Zugang zu so viel Wissen hat und die auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung viel mehr auf dem Schirm hat, wenn wir die Chance haben, auch unsere Eltern mitzunehmen und ihnen auch ein Stück weit von diesem Bewusstsein zu schenken und auch von der Anerkennung und auch von der Wertschätzung eben auch des Verständnisses das ist schön und das ist heilsam für beide Seiten und dazu möchte ich dich einladen nicht so sehr das Trennende zu sehen zu sagen ich will nicht so werden wie sondern vielleicht auch die Eigenschaften anders leben einfach anders leben und aber mich auch gut damit zu fühlen ja das war so ein kleiner Ausflug in den wirklich auch faszinierenden großen Bereich des Familienfelds des Beziehungsfelds es gibt da so viel zu entdecken und das Face Feeding schenkt uns da wirklich auch das Bewusstsein unsere Originalität zu leben die wert zu schätzen aber eben auch das Potenzial der anderen zu sehen und es auch wert zu schätzen und uns da nicht in irgendwelchen Abhängigkeiten zu sondern wirklich die eigene Freiheit zu erkennen dass wir alle Regisseure unseres Lebens sind und wir wirklich auch die die Macht in unseren Händen haben und diese Selbstermächtigung ja die liegt mir total am Herzen und dann auch vor allem das Potenzial so zu leben dass man damit erfolgreich im Leben steht und erfüllt und glücklich und wenn du das willst dann komm zu einer meiner nächsten Veranstaltungen den Live-Events die ich immer veranstalte um dir Einblick zu geben in die Dimension des Face Readings um das auch ganz praxisnah zu erleben es ist nämlich noch mal was ganz anderes wenn man es in der Theorie erfährt oder auch wirklich mal gelesen wird ich mache immer Live Analysen und ich erkläre natürlich auch was es bedeuten kann das Face Reading zu lernen und es ist mir wichtig dass wir das eigentlich alle können weil unser Leben wird leichter und friedfertiger und wir können unsere Kinder anders betrachten unsere Eltern anders betrachten und eben alle die um uns sind mit einem ganz anderen Blick und das ist schön und wenn du dich eingeladen fühlst dann guck direkt hier unter dem Video und melde dich an sei dabei ich freue mich auf dich und ich wünsche dir alles Liebe und Gute und nicht vergessen vertrau dich